Das Mikkels in Harare, 1915 erbaut, gilt als eines der besten Hotels in Zimbabwe. Die berühmte Explorers Club Bar und 30 Luxussuiten lassen keine Wünsche offen. Die Doppelzimmer sind äußerst komfortabel eingerichtet. Zimbabwe's größter Nationalpark, Wange, gehört zu den artenreichsten Tierschutzgebieten Afrikas. Mitten im Busch liegt die Linkwasha Lodge. Das offene Hauptcottage mit großzügiger Aussichtsplattform erlaubt den Gästen jederzeit optimale Wildlife-Beobachtung. An der Bar kann man nebenher hervorragende Drinks genießen. Blick auf die Savanne, Mahlzeiten und Safaris inklusive. Der Manapools Nationalpark. Die Stelzenhäuser der Cheekvenia Lodge stehen direkt am Ufer der Sambesi. Die Anreise ist nur mit dem Flugzeug möglich. Der persönliche Service dafür ausgezeichnet. Zur Camp-Atmosphäre gehören die gemeinsamen Mahlzeiten. Holzstege verbinden die Komfortzelte. Diese schroffen Felsformationen machen den Reiz des Matobo National Parks in Zimbabwe aus. Das Camp Amalinda ist, von außen kaum sichtbar, sorgsam in die Granitlandschaft eingefügt. Eine Lodge der Luxusklasse im Buschmannstil mit viel Liebe zum Detail und Geschmack eingerichtet. Jedes der acht ausgefallenen Chalets ist direkt in das Gestein integriert und individuell gestaltet. Höhlenexpeditionen und Safaris werden auf Anfrage angeboten. Die Viktoria-Fälle von der Zimbabwe-Seite. Nur 4 Kilometer entfernt liegt die Victoria Falls Safari Lodge. Mit viel afrikanischem Flair ausgestattet, verbindet sich hier Komfort mit Buschromantik. Von jedem Platz aus hat man hier die beste Übersicht über den Zambezi National Park. Die Lodge hat 72 Zimmer, alle mit privatem Balkon. Die Schlechung der Zimbabwe-Seite. Die Stimmen der Zimbabwe-Seite. Die Stimmen der Zimbabwe-Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017